Hi, willkommen zu einem kleinen weiteren Video zu Python, heute mit Graphen, also die Graphen, die man aus der Informatiktheorie kennt. Für die Informatikstudenten unter euch wahrscheinlich besonders interessant, weil das euch wirklich einiges an Arbeit ersparen kann, was wir heute machen. Und zwar, es gibt eine tolle Bibliothek in Python, mit der ihr das Ganze quasi direkt machen könnt. Graphen bestehen ja aus Knoten und Kanten. Die Knoten sind normalerweise als runde Kreise dargestellt und die Kanten sind einfache Striche oder Pfeile, falls es gerichtete Graphen sind. Und all das könnt ihr darstellen mit den sogenannten Network Graphs in Python. Warum die nicht normal Graph heißen? Naja, man spricht auch von einem Graph, wenn ich in Plotly irgendwas drucken möchte oder halt malen möchte. Deswegen muss man da ein bisschen unterscheiden. Deswegen nennt man es Network Graph und Network X ist eure Library, die ihr braucht. Normalerweise importiert als NX. Und mit der könnt ihr jetzt ganz einfach einen Graphen bauen. Zum Beispiel euren Graph G. Der besteht aus erstmal, naja, nichts weiter als einem Graph. Der ist quasi ein Graph, okay? Das heißt, wir sagen, wir wollen diesen Graph da drin haben. Und jetzt können wir ganz einfach hergehen und hier mehrere Knoten anhängen. Knoten heißt auf Englisch Note. Das heißt, ich kann hier einfach sagen G.AddNode oder G.AddEdge. Das sollte relativ verständlich sein. Und ich kann hier jetzt plötzlich hergehen und G.AddNode machen und kann zum Beispiel meinen ersten Knoten, wir haben sie immer A bzw. V1 genannt. Ja, je nachdem natürlich. Ich werde sie jetzt hier allerdings mal 1 nennen. Ihr könnt das Ganze auch als Liste hinzufügen. Zum Beispiel 2,3. Dann haben wir hier sogar schon drei Knoten drin. Drei Knoten, keine Kanten. Dürfte jedem Informatikstudenten klar sein, wie das Ding aussieht. Einfach drei Kreise. Ist jetzt nicht wirklich spannend. Wir gucken uns aber trotzdem mal ganz kurz an, wie G eigentlich überhaupt aussieht. Nämlich als, naja, nicht so ganz funktionierendes Ding. Und das liegt vor allem hier an dieser wunderschönen Liste. Und hier sehen wir den Unterschied zwischen G.AddNode und G.AddNode mit einer Liste. Das müsst ihr hier tatsächlich von Hand angeben. Und zwar geht das nur über GetNodesFrom. Das ist ein bisschen umständlich. Normalerweise würde man das jetzt vielleicht erwarten, dass das von einer so guten, gepflegten Library besser funktioniert. Aber so funktioniert es dann auch. Also Graph with 3 Nodes and 0 Edges. Wunderbar. So, wenn ich jetzt hier vielleicht noch was anderes reinpacken möchte, dann kann ich das auch mit einer gewissen Beschreibung machen. Ich kann das auch so machen. Nimm ich hier sage AddNodesFrom und kann hier eine Liste aus Knoten reinpacken. Zum Beispiel 4 und 5. Aber meine Knoten 4 und 5, die bestehen jetzt wiederum aus mehr als nur diesem Knoten. Sondern wir haben hier einmal, jetzt mache ich das, wobei, nein, halt, ich mache das so. Okay. Also, wir haben jetzt hier erstmal drin den Knoten 4. Und der hat noch eine Eigenschaft, nämlich die, sorry, Color. Und in dem Fall ist er von mir aus grün. Und dann haben wir noch einen zweiten Knoten drin und den nennen wir einfach 5. Das ist quasi unser Identifier 5 und der hat die Farbe Rot zum Beispiel. Und wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann sehen wir hier, aha, wir haben trotzdem nur 5 Knoten. Aber wir haben diese Eigenschaft hier gespeichert. Und darum geht es ja am Ende. So. Ich kann dieses AddNodesFrom auch mit einzelnen Subgrafen benutzen. Ich kann hier tatsächlich andere Grafen quasi hinzufügen. Ich mache das mal ganz kurz. Wir sagen hier nach G kommt halt H. Nx.Graph. Und wir erstellen hier einen Grafen H mit den Knoten AddNode, ähm, was kommt noch? 6. Und vielleicht dann sogar noch einen siebten Knoten. Und jetzt sagen wir hier G.AddNodesFromH. Und ja, wie viele Knoten haben wir jetzt wohl? Naja, wir nehmen einfach alle Knoten, die in H drin sind und stecken die auch noch in G rein. Also im Endeffekt, man kann ja sagen, okay, wir haben hier einen Knoten und der Knoten ist halt auch wieder ein, ein Graph sozusagen. Und ich kann natürlich auch zu diesem Knoten hin connecten sozusagen. Das heißt, ich kann hier meine Subgrafen, mein H in diesem Fall ist ein Subgraph, kann ich hier einfach in meinen kompletten Graphen G einfügen. Das macht vieles einfacher für die, ähm, ganze Berechnungssache. Jetzt ist ein Knoten natürlich, äh, ein Graph natürlich ohne Kanten ziemlich nutzlos. Aktuell sind das einfach nur sieben Kreise, die nichts können. Und, naja, mit Kreisen, die nichts können, also keine Verbindung zueinander haben, da kann ich recht wenig machen. Deswegen gibt es natürlich G.AddEdge. Und, naja, wie sieht eine Kante aus? Ich kann Kanten erstellen von 1 nach zum Beispiel 2. Oder ich kann Kanten erstellen, die, ähm, etwas komplizierter sind. Machen wir es gleich so. Ich kann hier nämlich zum Beispiel auch wieder AddEdgesFrom nehmen und kann mich hier mehrere Dinger erstellen. Achtung, das sind immer Tupel. Das heißt, immer zwei Knoten werden ja miteinander verbunden. Also zum Beispiel Knoten 2 mit 3 oder Knoten 1 mit 3. Damit sind diese drei Knoten komplett verbunden. Jetzt schauen wir uns den mal ganz kurz an. Drei Edges drin. Wow. Wie spannend. Ähm, ja. Aber so kann ich natürlich Kanten hinzufügen. Ich kann natürlich auch AddEdges von H hinzufügen. Also wenn jetzt hier zum Beispiel H.AddEdge eine Kante zwischen 6 und 7 besteht, dann kann ich selbstverständlich hier auch die Kanten von H quasi importieren. Wenn ich das so möchte. Und, ja, natürlich, die wird jetzt hier auch einfach mit importiert. Ähm, ja, äh, mein Fehler. Die Kante wird hier nur importiert, wenn ich Punkt Edges sage. Ansonsten wird das hier natürlich gar nichts. Ansonsten haben wir hier ein Problem. Gut. Also hier müssen wir drauf aufpassen, ähm, dass ich hier auch wirklich von Edges importiere und nicht nur von den Knoten. Und dann geht das auch. So. Ich habe jetzt hier mal noch ein paar hinzugefügt. Ja. Wir haben jetzt hier, ähm, 1 auf 2 verbunden, 2 auf 3, 1 auf 3 und natürlich das, was hier in Edges sind war. Also 6 auf 7 und 3 auf 6, 4 auf 6 und 5 auf 4 haben wir verbunden. So. Und jetzt können wir hier tatsächlich das Ganze so machen. Wir können hier, ähm, hergehen und, ja, wir können uns hier natürlich auch die ganzen Kanten ausgeben lassen. Also G.Edges. Das funktioniert natürlich wunderbar. Ähm, hier sehe ich die ganzen Kanten nochmal. Aber wirklich ansehnlich ist das nicht. Ähm, ich kann aber auch mir verschiedene Berechnungen auf meinem Graphen laufen lassen. Und, äh, ja, ähm, die kennt ihr vielleicht alle so. Okay. Also G.Degree können wir hier natürlich machen. Das ist eine, eine Liste, wenn man so möchte, von den einzelnen, ähm, ja, von den einzelnen Knoten, wenn man so will. Und, ähm, wir können das jetzt hier quasi abfahren, äh, quasi, ja, uns abrufen. Und wenn wir uns jetzt mal hier den Knoten 6 angucken, dann hat der einen Grad von 3. Jetzt, wie ist der Grad von 3 hierbei zustande gekommen? Naja, ähm, wir gucken hier einfach mal ganz kurz durch. Ähm, 1 zeigt auf 2, 2 zeigt auf 3, 1 auf 3, H von Edges zeigt auf 6 auf 7. Ja, das ist eine Kante von 6 auf 7. Das erhöht den Grad um 1. Dann haben wir hier eine Kante von 3 auf 6, eine Kante von 4 auf 6. Dementsprechend haben wir hier 3 Kanten, die zu 6 reinkommen, beziehungsweise zu 6 rausgehen, also zu dem Knoten 6. Und dementsprechend hat der natürlich den Grad 3. Und so kann ich das eigentlich für jeden meiner Knoten berechnen lassen. Das passiert alles intern. Das heißt, ich muss mir hier keine Gedanken mehr machen. Klar, ist eine einfache, ähm, Berechnung. Aber ich kann mich ja auch zum Beispiel die Adjacenten, also die benachbarten Knoten, zu einem gewissen Knoten geben lassen. Und wenn wir uns das mal kurz angucken von dem Knoten 6. Dann sehen wir hier, ähm, dass 7 ein Nachbar der Knoten ist, dass 3 einer ist und dass 4 einer ist. Und, ja, die sind natürlich dann für uns vielleicht relevant, wenn wir uns den Knoten 6 angucken. Selbstverständlich kann ich mir jetzt hier auch die Nachbarn angucken. Das heißt, ich kann hierher gehen und sagen, ey, ich hätte ganz gerne den Knoten 6. Und davon hätte ich ganz gerne den Nachbarn, ähm, zum Beispiel den Nachbarn, ähm, 3. Ja, wenn ich das weiß, dass der hier drin ist. Und dann kriege ich hier eben den Nachbarn 3 als Beschreibung. Der hat natürlich allerdings keinen Inhalt. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist irgendwie ein Inhalt für diese Knoten. Und dieser Inhalt, den kann ich mir hier so definieren, wie ich es möchte. Lasst uns der Übersicht halber deswegen hier nochmal einen neuen Knoten erstellen, äh, einen neuen Graphen erstellen. Und zwar einen nx.graph. Und wenn ich den Konstruktor hier verwende, dann reiht der automatisch, was ich hier tatsächlich angebe. Und zwar gebe ich hier im Endeffekt die Kante an. Das heißt, ich gebe eine Liste an Kanten an und alle Knoten, die in diesen Kanten vorkommen, die werden für mich zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, wenn ich hier jetzt eine, eine Liste angebe, dann ist das eine Liste aus den Knoten, aber eigentlich auch den, den Kanten. Das heißt, ich gebe hier das Ganze als Tupel an, ähm, so wie ich halt eine Kante angebe. Zum Beispiel, ich hätte ganz gerne eine Kante von 1 auf 2 mit der Eigenschaft. Und jetzt kommen wir hier zur Eigenschaft. Hello, Doppelpunkt, World. So, das ist jetzt meine Eigenschaft. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, was denn eigentlich der Nachbar von meinem Knoten von i ist. Ähm, übrigens, ähm, Quatsch, nicht von i, von 1 sogar. Ähm, übrigens, das ist dasselbe wie das hier tatsächlich. Also, ich kann auch einfach i von 1 schreiben, dann kriege ich auch meinen zweiten Knoten. Ist ein bisschen komisch, ähm, weil die Sachen werden halt hier nicht im Knoten gespeichert, aber, ja, ist halt einfach so. So, das heißt, ich speichere jetzt in meiner Kante, das ist ja hier mein, mein Weg sozusagen, speichere ich die Information Hello World rein. Ähm, und diese Information gehört jetzt da mehr oder weniger dazu. Und, ja, ich kann da jetzt drauf zugreifen. Ich kann hier sagen, von 1, von 2, von Hello. Naja, das liefert mir dann halt eben den Schlüssel World zurück. Und das ist vielleicht eine Information, die ich verarbeiten kann. Ähm, das ist jetzt ein weit hergeholtes Beispiel. Man kennt es allerdings eher von gewichteten Graphen. Und auch gewichtete Graphen werden von dieser Bibliothek hier unterstützt. Und die möchte ich auch mal noch ganz kurz zeigen. Also, nämlich auch ein ganz normaler Graph. Ähm, allerdings kann ich das hier dann nicht so unbedingt weit, äh, ohne weiteres benutzen. Also, ich muss hier quasi hergehen und sagen, ich hätte gerne meinen Graphen I und ich möchte dort ein, äh, gewichtetes Gewicht, äh, eine gewichtete Kante hinzufügen. So, eine gewichtete Kante hat natürlich wie immer einen, ähm, naja, Ausgangsknoten, einen Zielknoten, zum Beispiel 2 und dann ein Gewicht. Also 0,123, ja. So, das ist quasi eine Kante und diese Kante muss selbstverständlich in ein Tupel rein, damit ich weiß, dass es auch wirklich eine Kante ist. Nächster Schritt, äh, nächste Kante von, sagen wir mal, von 1 auf 3 und mit dem Gewicht, äh, 0,5. Okay, nächster Schritt, noch eine Kante von 2 auf 3, ähm, nee, von, sagen wir von 2 auf 4, damit wir hier auch wirklich zwei unterschiedliche Wege haben. Von 2 auf 4 kostet es mich 0,0,25. Und meine letzte Kante geht von, ähm, 3 auf 4, damit ich hier, wie gesagt, zwei Wege habe und dann haben wir hier einmal 0,5 nochmal als Gewicht. So, äh, dürfte jedem klar sein, wenn man sich diesen Graphen mal kurz anguckt. Von 1 auf 2 kostet es mich 0,123. Von 2 auf 4 kostet es mich 0,25, wären insgesamt ungefähr 0, ähm, 373. Um dahin zu kommen, wenn ich von 1 auf 3 gehe, kostet es mich allein schon 0,5 und dann nochmal 0,5 von 3 auf 4. Das heißt, ich koste, äh, das kostet mich hier über die 3, das, ähm, kostet es mich einen kompletten Punkt sozusagen. Der andere Weg ist halt deutlich günstiger. So, kann ich jetzt natürlich mir auch zurückgeben lassen, ähm, wie ich das möchte. Und, äh, ja, ich kann mich hier diese ganzen, achso, halt, das kann ich eigentlich drin stehen lassen. Ähm, ich kann mich hier zurückgeben lassen, zum Beispiel, i.Edges.Data, ups, Data.VonWeight. Und, ach ja, vielleicht so, Weight. So, und da kann ich mir im Endeffekt das Gewicht jeweils zurückgeben lassen. Wobei man fairerweise sagen muss, äh, hier sind natürlich immer nochmal alle 3 dabei. Das heißt, normalerweise würde ich hier so durchlaufen, vor, ähm, Kante, vor, beziehungsweise vor U, V, W. Also U ist Ursprungsnoten, V ist der Zielknoten und W ist das Gewicht. Und ja, das macht man in der Informatik mit diesen Dingern immer eigentlich so. So, in, und dann kann ich mir das hier hersnatchen sozusagen. Und kann mir hier immer das, ups, das W ausgeben. So, dann kann ich mir hier mit meinen Gewichten was zusammenarbeiten. Also 0,123, 0,5, 0,25, wunderbar. Und das Tolle ist, ich kann jetzt hier mein i berechnen lassen über die ganzen Funktionen, die mir nx auch zur Verfügung stellt, kann ich mich hier einfach das Ganze errechnen lassen. Was zum Beispiel mein kürzester Pfad von einem, einem gewissen Punkt zu einem anderen gewissen Punkt ist. Also sowas wie nx-Punkt, ja. Ihr könnt hier schon haufenweise Sachen sehen, also zum Beispiel Draw haben wir, dazu kommen wir noch. Ähm, aber es gibt auch Shortest Path, es gibt Edges, es gibt Degree, es gibt Join. Und es gibt einen ganzen, ganzen, ganzen Haufen Sachen, die ich euch natürlich hier nicht zur Verfügung stellen werde, beziehungsweise alle erklären werde. Da guckt ihr einfach mal rein. Ich glaube, die sind relativ selbsterklärend zum Glück. Und zwar, ähm, was wir jetzt machen wollen, ist Shortest Path natürlich. Wenn wir hier drüber hauern, sehen wir, ähm, wir brauchen zunächst einmal G Any. Also das ist der Graph, der Graph wird immer als G oder großes G angegeben. Dann haben wir hier die Source Any. Ähm, Standard ist Nun, wir wollen von Punkt 1 zu Punkt 4 laufen. Das hatten wir ja gesagt. Nächster Schritt wäre hier, ähm, dass wir das Target nennen. Denn das wäre ja Punkt 4. Wir wollen, uh, hoppla, ähm, wir wollen zu Punkt 4 laufen. Und dementsprechend brauchen wir 4 als Ziel. So, und ja, jetzt brauchen wir nur noch das Weight, also das Gewicht. Oder die, und die Methode kann ich auch setzen, die ist standardmäßig auf Dijkstra gesetzt. Und jetzt lasse ich das einfach mal laufen hier. Wir bekommen den Pfad 1, 2, 4. Das ist rein zufällig auch der günstigste Pfad nach den Gewichten. Wir machen jetzt hier aber mal eine 9 vorne dran und wissen jetzt hier, aha, 0,9 plus 0,25 ist deutlich mehr als 0,5 plus 0,5. Dementsprechend ist jetzt der Pfad 1, 2, 4 eigentlich der teurere. Gewichte werden hier also nicht berücksichtigt. Dementsprechend kann ich hier einfach mein Weight noch als Gewicht angeben. Das wird wie gesagt in Weight gespeichert. Das ist wie ein Attribut in euren Kanten drin, ja. Das ist einfach quasi wie das, was wir hier oben vorhin gemacht hatten, dass wir hier zum Beispiel die Farbe speichern oder irgendwas anderes. Oder Hello World. Und wenn wir Weight hier benutzen als Gewicht, dann wird das interpretiert als das Gewicht einer Kante. Und dementsprechend wird hier natürlich ein anderer Pfad gewählt. Also das heißt von 1 auf 2 ist natürlich teurer, wenn wir die beiden zusammenrechnen, wie wenn wir von 1 auf 3 und dann von 3 auf 4 gehen. Dementsprechend gehen wir jetzt hier mit dem Knoten hier von 1 auf 3 auf 4. Somit habt ihr eigentlich eine relativ gute Übersicht, was man alles machen kann. Wir können hiermit übrigens auch Bäume bauen. Wir können eigentlich alles damit bauen. Und ja, die Library ist riesig. Wenn ihr noch konkrete Wünsche habt, dann äußert sie bitte. Eventuell werde ich da auch die Algorithmen-Playlist noch ein bisschen mit ergänzen, weil das hier schon sehr, sehr viel mit Informatik an sich zu tun hat und mit dem Fachinformatik und weniger mit dem Coden. Nächstes Mal gucken wir uns trotzdem noch kurz an, weil es jemand von euch requestet hat, wie man dann tatsächlich auch einen Graphen zeichnen kann, beziehungsweise malen kann. Und ja, das gucken wir uns an. Bis dann. Ciao.